Leider war es kein schneller Tod. Ganz seltsam, dass sie mit einem Zuckerguss überzogen wurde. Er hat das doch über ihren Körper gestreut. Ja, Körper und Gesicht. Sie lag neckend im Bett. Also mir hat der Kriminalkommissar gesagt, das ist ein Sexualverbrechen gewesen. Ja, wie hat er Sie kennengelernt? Die haben Reinigungsarbeiten ausgeführt. Die haben Flyer hier reingeworfen und die sollen besonders billig gewesen sein mit den Reinigungsarbeiten. Und daraufhin hat sie angerufen und die sind dann gekommen. Was genau haben die hier gemacht? Die haben die Platten sauber gemacht vorne. Die Gewichtplatten? Zum Haus hin. Mit Hochdruckleinigern, mit Kärchern. Und dann haben sie auch hier hinten noch die Gewichtplatten sauber gemacht, sind aber angeblich immer nur durch die Garage gegangen, also nicht durchs Haus. Und was nach Aktenlage ist dann wohl passiert? Nach Aktenlage ist von der Kriminalpolizei später hin festgestellt worden, dass sie ermordet wurde in ihrem Schlafzimmer. Der Täter muss erst einmal den Zaun überstiegen haben, übers Grundstück sich beschlichen haben, dann dort ja ein Einbruch begangen. Die Frau ist höchstwahrscheinlich schlafend in ihrem Schlafzimmer aufgefunden, umgebracht mit Zuckerguss, der dann erst vor Ort hier angefertigt wurde, überzogen haben. Und dann durchsucht diesen Bungalow eben nach Schmuckgegenständen und sich dann, was in des Wortes, wieder rausgeschlichen. Wo sind wir jetzt hier genau? Und was wissen Sie, was hier passiert ist? Wir sind jetzt hier im Schlafzimmer von meiner Schwester. Und in diesem Bett wurde sie aufgefunden. Die linke Seite vom Bett hier. Und was soll hier passiert sein? Was wissen Sie nach Aktenlage? Ja, sie ist ermordet worden, sie ist erstickt worden. Die Leiche wurde mit Zuckerwasser eingerieben, was sich kristallisiert hat nachher. Und so wurde sie aufgefunden. Die Bedrohung ist aber nicht bekannt. Das heißt, man weiß nicht, warum der Täter das gemacht hat. Genau. Gibt es da Mutmaßungen? Sexuell wahrscheinlich. Wie war der Kontakt zwischen Ihnen beiden und Ihrer Schwester? Gut. Der war durchweg gut. Das Einzige ist, jeder hat natürlich seine eigene Welt gehabt. Ja, jeder hat sein Leben selbst gelebt. Wenn Sie sie mal beschreiben würden, ich kenne sie ja nicht, ich kannte sie nicht. Was war sie denn für ein Mensch? Tja, sie war vornehm. Sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt. Ja. Jede Woche zum Friseur. Hat 50 Jahre am Trägerwerk gearbeitet. Ja, von der Lehre bis zur Rente. Ja. Und war sehr vermögend. Das kann man ja auch noch sagen. Wie war sie denn vom Typ her? War sie eher gutmütig? Ja. War sie vielleicht ein bisschen naiv? Wie würden Sie sie sagen? Nein, naiv ist sie nicht. Die war sehr intelligent. Sie war gutmütig? Ja. Zu gutmütig. Das heißt, im Grunde hat er das noch ausgenutzt? Oder wie würden Sie es in Ihren Worten sagen? Ja, ich denke, sie hat ja immer Schmuck getragen. Das hat ihn wohl so ein bisschen angeheizt. Vermutlich. Ich weiß es nicht. Und das wird wohl der Auslöser gewesen sein. Er wird herausgefunden haben, dass sie hier alleine wohnt. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Und wie ist das hier mit der Nachbarschaft? Passen die eigentlich aufeinander auf? Eher nicht? Ja. Mit, glaube ich, mit denen hier nebenan hat sie sich ganz gut verstanden, ne? Ja. Sie haben zwar nicht im Garten zusammen gegrillt, aber sie haben schon so ein bisschen aufeinander aufgepasst. Ja. Sie war auch bekannt hier. Wie viele Tage, was wissen Sie darüber, sind da vergangen? Zwischen dem Kennenlernen, dem Flyerfinden, diesen Arbeiten und dann der Tötung? Ich glaube, acht Tage. Ja, eine Woche, ne? Ja, ungefähr eine Woche, ja. Und was wissen Sie aus der Akte oder aus einem Gutachten, das Sie vielleicht gelesen haben, wie genau Ihre Schwester aufs Leben gekommen ist? Und was mich auch interessieren würde, war das ein schneller Tod? Musste Sie leiden? Wie war das? Aber ich glaube, sie musste leiden, ne? Ja, aber die Polizei hat gesagt, das war ein schneller Tod, weil sie, das weiß man eben nicht so ganz genau, weil sie ja erstickt wurde. Aber wie lange sie darunter gelitten hat oder so, ist nicht bekannt, also von uns nicht bekannt. Sie meinten, sie habe gelitten. Wie kamen Sie darauf? Naja, wenn man erstickt wird, da denke ich mal wohl, dass das nicht so gut ist, ne? Nee, sie hatte ja auch das Gesicht kaputt, ne? Ja, sie hatte natürlich Hämatome am Körper, sie muss sich ja gewehrt haben. Das würde ich gerne noch ein bisschen ausführlicher hören. Meinen Sie, sie hat sich gewehrt, sie hat sich nicht gewehrt? Wie lange ging das etwa? Ja, das wüssten wir gerne auch. Das wissen wir auch nicht. Also gewehrt hat sie sich mit Sicherheit, weil die Nase war verschoben oder irgend sowas. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Und der Mundwinkel war auch irgendwie verdreht. Wie er das gemacht hat, ist ja nicht so bekannt. Vielleicht kriegen wir das ja auch im Gericht raus, aber so weiß es noch keiner von uns. Was hat die Staatsanlage angeklagt? Was wissen Sie in der Aktenlage? Sowohl ein Raubüberfall als auch ein Mord. Mord heißt natürlich, dass das Ganze zielgerichtet, vorsätzlich geschehen ist, mit gewissen Mordmerkmalen. Einerseits, um eben eine Tat, sprich die Raubtat, zu ermöglichen oder zu verdecken und das Ganze noch heimtückisch. Das heißt, eine wehrlose Frau getötet zu haben. Was erwarten Sie jetzt, was wünschen Sie sich von dem Prozess, der jetzt beginnt? Ja, also dass der Angeklagte, wenn er das wirklich gemacht hat, dass er es auch zugibt. Und dass er lebenslänglich kriegt. Mit der Schwere, der Tat. Ich könnte mir vorstellen, wenn er das noch, wenn er wieder vorzeitig rauskäme, dass er das wiederholen würde. Naja, das weiß man nicht. Er hat schon viele Vorstrafen hinter sich. Das leben wir aber nicht mehr. Nö, wahrscheinlich. Was wollen Sie denn für Ihre Mandanten und für die Nebenkläger hier erreichen? Wozu sind Sie eigentlich da? Ich passe darauf auf, dass auch die Familie des Opfers informiert wird. Das heißt, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes in der Hauptverhandlung dem Täter in die Augen schauen kann. Dass auch tatsächlich, dass Mordmerkmale hier ausgeforscht werden und dass der Täter wegen lebenslanger Freiheitsstrafe ins Gefängnis kommt. Bis zum nächsten Mal.